was geht ab leute der pascal p ist auch schon wieder da zurück ins platoon und heute wollen wir mal in den rankampf gehen wir hatten jetzt hier schon mal standard kämpfe und den story modus gemacht und jetzt machen wir auch die standard kämpfe wir hier schon sieht ich bin ein bisschen aufgemotzt schon level 15 auf rang c und ja auch mit guten waffen eigentlich schon ausgestattet dank diesem schönen läden und was mir jetzt auch auf meinen hochladen der videos aufgefallen ist ist dass die urheber recht urheber rechte auch hier schon also die spielentwickler von splatoon hier schon die urheber rechte bei mir erwähnt haben und so weit eigentlich gar nichts schlimmes angestellt haben also halt irgendwie meine videos gesperrt oder so also sind sie wohl anscheinend wohl damit einverstanden dass ich ihre ihr spiel aufnehmen darf und auf youtube zeigen darf da bedanke ich mich einmal herzlich dafür von den spielfindern von splatoon und da wollen wir mal in den rankampf gehen also bisher sind schon öfters mal die spielentwickler auf mich zugestoßen zum beispiel bei mario kart 8 und alles schon dass ich halt um urheber rechtliche urheber rechtliche spiele spiele aber so weit erlauben sie es mir wohl dass ich die spiele spielen darf worüber ich echt sehr erfreut bin dass ich das tun darf gut jetzt müssen wir noch einen kleinen augenblick warten in der zeit ja können wir nichts anderes machen außer warten und ich kann erstmal ein bisschen quatschen auch wenn ich eigentlich soweit schon alles gesagt haben dankeschön an die spielerfinder von splatoon dass ich das spiel aufnehmen darf und auf youtube veröffentlichen darf und ja auch ein dankeschön an euch dass ich hier ja dass ihr mir weiterhin toll zuschaut sind jetzt schon 113 abonnenten und meine aufrufe steigen echt ins unendliche ihr seid echt klasse leute und was mir auch noch aufgefallen ist dass auch so langsam viele englische youtuber auch mir zuschauen thank you from all the world for your subscribe ja mein englisch mal wieder thank you to watch my videos so dann hätten wir es und es geht los hurra ich dachte schon ich müsste jetzt hier die ganze zeit so unsicher was quatschen erobere die zonen gut das werden wir auch mal machen wir sind grün unsere gegner sind violett oder pink was weiß ich und auf geht und sagt bloß unsere kollegen sind afk na gut der hier auf jeden fall schon mal nicht das super oh nicht so ein farbrolltyp ey ich hasse die kerle richtig und er ist tot so wir haben die herrschaft gelangt jetzt müssen wir das nur weiter so halten so die herrschaft wird wieder aus nein heulboje kacke da war ich zu langsam mich da raus zu binden okay die zeit hängt aber violett hat noch nichts eingenommen das gut okay wir haben die herrschaft wieder zurück das ist super das sieht nicht gut aus die gegnerische herrschaft ist hier drin aber das wird sich gleich wieder schnell ändern erzähler wurde angehalten oh moment mal wir können hier gerade mit inferno starten und wussch die herrschaft gehört wieder uns oh 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 ohha da hatte ich glück dass das team dabei war gut wir müssen nur ein bisschen mehr ausharren gut die zeit läuft wieder ab oh hier ist was lilanes so ein scheiß sprinkler hier an der lilanen seite oh jetzt muss man ein bisschen Tint in der achla nein Tint fernhoof oh weia ich glaube wir müssen die herrschaft zurückerlangen oh 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 heulboje aufgepasst solange sie läuft darf ich da nicht rumlaufen so die herrschaft gehört wieder uns das ist super wir gehen mal hier oben kämpfen hier oben sind wir auch besser unser Team oh oh nein ha erzähler wurde angehalten das nicht gut das ist gar nicht gut oh 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 ah verdammt double kill gut ach ich hätte die ganze Zeit inferno wieder benutzen können bisher gehört niemand die herrschaft weder violett noch uns aber das wird sich gleich ändern violett hat es eingenommen das ist nicht gut oh oh scheiße double kill oh ich hasse diese double kill ich hätte beinahe meinen zinferno wieder starten können oh wir haben die herrschaft wieder oh nein oh man zinferno oh oh die gegner haben es übernommen oh oh erzähler wurde angehalten und nie mehr starten äh wo 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 Und... Das war aber ganz schön knapp hier 76 zu 69 Oh yeah Oh, ich habe 11 gekillt So wie fast alle anderen aus meinem Team Das ist gut Und wir haben jetzt schon 65 Punkte im Rang C Noch 35 mehr und ich lande auf C plus So Und wir sind schon mal eine flotte Sprotte Und es dauert noch ein bisschen Ja, es dauert schon ziemlich lange bis Level 16 Das wäre wirklich viel besser Wenn ich Standardkämpfe mal machen würde So, zwei Leute brauchen wir noch Oh, das war schon Und Und, hallo Ah, los geht's Gut, dann wollen wir mal Aua Hier gibt's auch eine zentrale Zone Da manchmal, in manchen Maps gibt's sogar zwei Zonen Aber hier haben wir schon wieder nur eine Und die müssen wir jetzt sofort einnehmen Wird zwar eine lange Reise bis dahin Aber das schaffen wir schon Oh, da sind schon die Feinde Und abgebärmt Das ist gut Die Herrschaft gehört uns So, färben wir mal ein bisschen hier rum Und dann greifen wir mal die gegnerische Seite an Oh Ha Oh Doch nicht Oh, scheiße Tinten Titan Da oben ist einer Oh, weia Da kommt mit Tint Fernray Oh nein Oh nein Ja, wir müssen den da oben loswerden Oh, scheiße Oh, scheiße Da sind jetzt zwei oben Schnappen wir uns den mal Oh, weia Oh nein Ha Abgewerb Wir starten hier auch gleich mit Tint Fernray Und Oh nein What Ach, da hinten ist auch noch gegnerische Farbe Ist hier lange gehalten Dank uns Wir müssen jetzt mal dringend da oben loswerden Ha Und schon sind die losgeworden Oh Ich muss mal hier ein bisschen mehr für diese Farbe sorgen Weil sonst könnten wir Probleme kriegen Ach, hier geht's auch noch auf Ich weiß aber nicht, was ich hier oben machen sollte Ich könnte hier, ja, gute Dienste leisten, wenn ich Sniper wäre Aber das bin ich leider nicht Okay Da oben geht's schon wieder ab Da hinten ist auch was los Oh, weia Tinten-Titan Nein Nein Ich bin richtig scheiße gegen Tinten-Titan Oha Aber wir haben es abgewehrt und unsere Zeit läuft noch Das ist gut Oh, weia Das ist nicht gut Oh, weia Erstmal Tinte nachladen Tinte nachladen So Bauen wir hier mal einen Sprinkler auf Oh, da oben geht was ab Oh, weia Nein Tintsucker Tintsucker Scheiße Oha Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft, Leute Bestimmt wegen K.O. Sieg, oder? Yo K.O. Sieg 500 Punkte extra Naja, aber 1600 Siegespunkte Damit haben wir 2001 Weil wir Oh, wir haben die meisten gekillt und waren sogar die Besten hier Nicht schlecht Hoho So, 82 Punkte 18 fehlen noch So, eine Runde oder zwei können wir vielleicht noch machen, also würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter So, einer Einen brauchen wir noch Und da ist er auch schon Und da ist er auch schon So, wir sind so weit Yo Auf geht's Der Kampf beginnt Und wo diesmal Oha, schon wieder hier Ein Koffer Ein Koffer Ein Koffer Ein Koffer Ein Koffer Ein Koffer Dann einmal sofort hier alles reinhauen Nimm da eine Veranda Hoppa Haben ihn auch schon So, die Herrschaft gehört uns Wir gehen mal ein bisschen hier runter Dann haben wir hier vielleicht Einen guten Einblick, wenn wir den Typen da schießen müssen Oh Oder auch nicht Oh, Vorsicht Da ist der Typ auch schon wieder So, Zähler wurde angehalten Oh, 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 oh Gegnerische Herrschaft Wie das Wow Wie sind sie so schnell nach hinten gekommen So, die Herrschaft gehört wieder uns Schauen wir mal unsere Zeit Um die zu retten hier Oh, da kommt schon wieder was Da kommt aber auch was Oh, oh Oh, weia Tinferno Weg hier Der Zähler wurde angehalten Zu viel blaue Farbe ist aufgetaucht Oder es wird kieselfare Ehrlich gesagt So Das hätten wir schon mal wieder drinking together muss es abbauen Oh, oh Schnell raus hier. Gut, wir müssen noch 10 Sekunden ausharren. Gut, Timferno, machen wir den mal alle da. Der Zähler wurde angehalten, nicht ruhig. Oh, oh. So, die Herrschaft gehört wieder uns. Gleich haben wir es. Ja! Wir haben es geschafft. Oha. K.O. Sieg, oder? Natürlich, wir haben ja die Zeit durchgehauen. Yo! K.O. Sieg. Ist das geil. Und, wie viele Punkte haben wir diesmal gesagt? Schon wieder 2001 und schon wieder. Na gut. Jemand hat ein bisschen mehr als wir gekillt, aber wir waren gar nicht schlecht. Wir sind nicht einmal gestorben. Und fast schon Rang C+. Ist das geil. Yo! Na gut, genug Zeit ist noch für eine weitere Runde. Und das werden wir gleich mal hinterher gehen. Wir sind schon mal eine flotte Sprotte. Na gut, das waren wir vorhin auch, aber... Bald sind wir schon ein... Wie war das? Toller Hecht oder wie war das die zweite Stufe? Ich weiß es gerade nicht. Aber auch egal. Wir werden jetzt in die nächste Schlacht reingehen, wenn hier gleich noch einer kommt. Schaffen wir noch ein paar zu drehen? Na ja. Was haben wir jetzt anderes auch vor? Oh, da ist er auch schon. Oder sie. Mir. Und los geht's! Oh ja! Das ist doch mal geil! Perfekt. Da könnte es das Ende nicht werden, oder? Na gut, ich darf mich nicht zu früh freuen, weil... Kann ja sein, dass wir eine dramatische Wendung erleben werden. Also, vereinen wir uns einfach mal schnell. Oh, oh, da ist auch schon der erste Gegner. Oh, oh, zwei Gegner. Oh nein, nicht so einer. Ich hasse es, wenn sie diese Attacke machen. Da, genau deswegen. Ach, scheiße, ey. Ich hasse das einfach. Ich dachte, damit klecksen sie nur den Boden voll, aber nee. Damit können sie auch noch irgendwie so in der Luft herumspritzen. Damit habe ich echt nie gerechnet. Und das hat mich schon öfters mal richtig aufgeregt. So. Jetzt schnappen wir die von oben. Klassisches. Schleifmanöver. So, einmal hier auf die Base. Was? Wo kommt das denn her? Ja, klar, Sniper. Oh, nee. Oh, scheiße. Auch noch Sniper. Kacke, gegnerische Herrschaft schon wieder. Warum sind eigentlich... Oh, war ja. Das ist noch wieder ab. Ja. Oh, Sniper steht schon wieder da. Schmiere, ey. Oh. Sniper hat uns, glaube ich, im Visier. Oh, heulboje. So, schleichen wir einfach mal von hier aus ran. Oh, oh, oh. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es so gut klappt. Einmal hier die gegnerische Basis... Ach, takieren. Alter. Dass das so gut läuft, hätte ich echt nicht gedacht. Vorsicht, da oben ist der Sniper. Das Sniper ist irgendwo noch da. Da sind Tintenkleckser. Da ist der Sniper. Oh, nein. 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 Schnell raus. Schnell raus. Schnell raus. Schnell weg. Schnell weg. Scheiße, nicht mehr fahren. Oh, kacke. Ja, klar. Double kill. Ich sehe schon. Oh, weia. Die Gegner legen ja auch wieder eine heiße Platte auf. Verhofftendlich ist unsere heißer. Oh, weia. Ist der tot? Ich weiß nicht, wer von denen jetzt genau gestorben ist. Oh, weia. Das war dumm. Oh, Mann. War ich dämlich gerade. Okay. Versuchen wir es nochmal. Der Gegner führt. Das ist schlecht. Wir haben noch viel zu viel Zeit, die wir wieder gut machen müssen. Da seht ihr ja schon. Und 43 plus. Das ist nicht gut. Oh, weia. Ich komme hier nicht mehr hoch. Was ist das? So, einmal wieder. Hopps. Direchter Frontalangriff. Und nein. Weg damit. Ha. Schnell. Hier einmal. Oh, was? Nein. Oh, kacke. Den habe ich jetzt gerade gar nicht mehr gesehen, weil ich mich auf das Tintenempferne konzentrierte. Ne. Die Runde sieht schlecht aus für uns. Das war's. Oh, kacke. Die Runde ging sowas von gar nicht an uns. Yo. Scheiße. Hoffentlich habe ich trotzdem Punkte abgestoppt fürs Killen. Oder? Keinen einzigen Punkt. Aber ich war der Beste. Zwar nicht die meisten gekillt, aber... Na gut. Was? Die zwei letzten haben weder gekillt noch wurden gekillt. Das heißt, dass die waren AFK oder was? Na dann. Gut. Also dann, Leute. Danke fürs Zuschauen. Thank you for watching this video. Und... We see us the next time. Goodbye and see you again. Bye and see you again. Bye and see you again. Bye and see you again.